Hey Freunde, hier ist wieder Philipp von abmischenlern.de und heute möchte ich auf eine Zuschauerfrage eingehen, nämlich wie man den 1176 und LR2A für Rep einstellt. Erstmal zum Anfang, was ist der 1176 und der LR2A? Das sind eigentlich die legendärsten Kompressoren wahrscheinlich, die da draußen sind und die sich wahrscheinlich auch in eurer Plug-in-Sammlung befindet, weil die gibt es wirklich eigentlich von jedem Hersteller irgendwie. Dabei handelt es sich um einen Fettkompressor, das ist die Art des Kompressors, und einen Optokompressor. Das sind zwei verschiedene Arten. Der Fettkompressor, zur Erklärung, kann halt extrem schnell reagieren. Das bedeutet, Attack und Release können richtig schnell eingesetzt werden, wohingegen der Optokompressor eher langsam arbeitet. Genau, also der Fettkompressor ist der 1176 und der LR2A ist der Optokompressor. Was bedeutet das für uns? Wir wollen erst einmal die Transienten der Stimme des Reps erstmal in einen Gleichklang bringen. Das bedeutet, wir brauchen zunächst einmal einen schnellen Kompressor, der die Transienten ordentlich in den Griff bekommt. Und dann, als zweite Instanz, brauchen wir einen, ja, oder nehmen wir den langsameren LR2A, den Optokompressor, der quasi so die, ja, die, die Längen, ja, er macht es einfach nochmal runder sozusagen, im Sinne von, dass er die allgemeine Lautheit, sozusagen, oder Lautstärke angleicht der Stimme. Das bedeutet, in dem ersten wollen wir wirklich nur auf die Transienten gehen, ja, dass wir die angleichen und dann soll quasi der Gesamtsound runder gemacht werden oder, ja, von der Lautstärke her angeglichen werden. Genau, das erstmal zur Erklärung. Ich zeige euch jetzt, wie man die quasi einstellt für Rep. In anderen Tutorials von mir habt ihr das ja auch schon gesehen, wie man den 1176 einstellt. Deswegen, da gehe ich jetzt nicht extrem drauf ein. Ich nutze jetzt in dem Fall die Waste-Variante. Wie gesagt, den gibt es auch von anderen Herstellern. Übrigens, wenn ihr das sehen wollt, wie man das mit dem Logic-Kompressor macht, dann schreibt mir das bitte nochmal in die Kommentare. Dann mache ich dazu auch nochmal ein Tutorial, weil da gibt es auch diese Arten, FET, Opto und verschiedene andere Kompressoren. Also, das kann man sehr gut damit, ja, simulieren, sozusagen. Also, wenn ihr das wissen wollt, wie das geht, schreibt mir das bitte einmal in die Kommentare und dann wird es dazu auch ein Video geben. So, ich habe jetzt hier den 1176 von Waste ausgewählt. Attack finde ich super. Die muss nicht so schnell sein. Hier geht es wirklich um die Release-Zeit vor allem. der Stimme. Genau, die muss extrem schnell sein. Und das ist halt möglich mit dem, ja, 1176. Genau. So, jetzt hören wir uns überhaupt erstmal den Song an. Dazu bin ich bisher noch gar nicht gekommen. Nur gesabbelt hier. Ja, da komme ich auch nicht weiter mit meinem Namen. Alle denken an der Ente, sehen sie meine initialen böse Zungen, sagen, ich habe meine Zeit nicht genutzt. Der Song ist übrigens von Tamouflage, heißt Lass sie labern. Wenn ihr den Song kostenlos runterladen wollt, in der Beschreibung gibt es einen Link. Könnt ihr euch das ganze Album runterladen, kostenlos, wie gesagt. Das habe ich gemischt und gemastert. Könnt ihr euch auch mal was anderes anhören. Außer die Tutorials hier. Genau. So. Also, ja, Stimme ist relativ weit hinten im Mix. Es sind hier zwar so ein paar Delay-Effekte drauf, kann man alles aber noch nicht wirklich wahrnehmen, weil sie sehr weit hinten im Mix ist. Wir wollen das Ganze schön smooth und präsent machen, dass es im Vordergrund steht. Genau. Ratio auf 4. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Und jetzt machen wir den Kompressor mal an und gucken erst mal, dass er hier arbeitet. Ja, da komme ich auch nicht weiter mit meinem Namen. Alle denken an der Ente, sehen sie meine initialen böse Zungen, sagen, ich habe meine Zeit nicht genutzt. Doch deren Hoffnung mache ich mit meinem nächsten Album kaputt. Gebt kein Fick drauf, was andere meinen, über mich zu wissen. Alle erzählen immer noch die üblichen Geschichten. Keiner, der seine Ziele verfolgt oder sich traut, vom Fliegen zu träumen, als hätte man ihn die Flügel rausgerissen. Da eckt man an, nur weil man das macht, was man will. Denn in diesem Land tut selten einer, was ihn erfüllt. Erst dann, wenn die Kassen klingeln, sind die Spasten alle still. Genau. Also, was ihr gesehen habt, ich stelle ihn jetzt so ein, dass er so in den Höchstzeiten so bei minus 5 dB steht. Kann man auch ein bisschen aggressiver angehen, wenn man das möchte. Ich mache das Ganze mal solo. Dann wird der Vergleich vielleicht ein bisschen hörbarer. Wie gesagt, ja, da komme ich auch nicht weiter mit meinem Namen. Alle denken an eine Ente, sehen sie meine initialen böse Zungen. Sagen, ich hätte meine Zeit nicht genutzt. Doch deren Hoffnung mache ich mit meinem nächsten Album kaputt. Gebt kein Fick drauf, was andere meinen, über mich zu wissen. Alle erzählen immer noch die üblichen Geschichten. Klingt auf jeden Fall direkt präsenter, wie man das halt vom 1176 kennt. Er ist halt extrem schnell und puncht quasi die Stimme nach vorne in den Mix. Was wir jetzt machen wollen, ist quasi die Stimme nochmal ein bisschen ausgleichen mit dem LA-2A. Das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen runder klingt einfach am Anfang. Worauf ihr achten müsst, jetzt speziell bei dem, ich glaube, das ist aber auch bei anderen so, bei Universal Audio, bei dem ist es auch ähnlich, dass er dazu neigt, also der LA-2A, die Stimme relativ spitz zu machen. Ja, da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, denn vor allem, wenn ihr jemanden habt, der sehr starke S-Laute hat, dann würde ich sogar eher von dem LA-2A abraten. Oder ihr müsst danach auf jeden Fall nochmal extrem stark ins De-Assing gehen. Aber wie gesagt, er macht die Sache auch nochmal präsenter, holt das Ganze weiter nach vorne und, ja, es klingt halt einfach nochmal, rückt nochmal stärker in den Fokus. Auch hier höre ich jetzt erstmal rein. Ja, da komm ich auch nicht weiter mit meinem Namen, alle denken an ne Ente, sehen sie meine initialen böse Zungen, sagen ich, hätt meine Zeit nicht genutzt. Doch deren Hoffnung mach ich mit meinem nächsten Album kaputt, geb kein Fick drauf, was andere meinen, über mich zu wissen. Alle erzählen immer noch die üblichen Geschichten, keiner, der seine Ziele verfolgt oder sich traut, vom Fliegen zu träumen, als hätt man ihnen die Flügel rausgerissen. Da eckt man an, nur weil man das macht, was man will, denn in diesem Land tut selten einer, was ihn erfüllt. Erst dann, wenn die Kassen klingeln, sind die Sposten alle still und meinen, sie hätten stets gesagt, dass du es schaffst und all den Müll. Also hier hört man dann nicht mehr den ganz großen Unterschied, aber es macht dann im Mixverhältnis, macht es doch nochmal den Unterschied aus. Wie gesagt, ich lass ihn hier relativ wenig arbeiten, kann man da auch etwas aggressiver machen, wenn man das möchte. Mal zusammen. Also mit dem LR2R sind es so Millimeter, wie gesagt, wenn man das möchte, kann man damit noch mehr rausholen. Ich persönlich würde mehr in den F76 reinarbeiten, weil der die Sachen noch ein bisschen packender macht. Und wie gesagt, der LR2R ist da eigentlich mehr für die Abrundung. Also es sind Millimeter, die hier genutzt werden, sozusagen, zur Abrundung. Aber im Gesangkontext macht das auf jeden Fall die Sache nochmal runder. Ja, wie gesagt, hier gehe ich so auf minus 5 bis minus 10, wenn ich es richtig krachen lassen will, auf minus 10 sozusagen, stelle ich den Input ein. Release relativ oder sehr kurz einstellen, Intech etwas länger lassen. Ratio auf 4, ganz wichtig, zumindest hier bei der Waze-Variante auf Off stellen, analog, weil sonst habt ihr Rauschen. Und den stelle ich quasi so ein, dass man ihn kaum hört, sondern wirklich nur ein bisschen mitschwingt, um das Ganze abzurunden. Ja, das sind Millimeter, aber wie gesagt, das sind Feinheiten, die am Ende dann den Mix wieder rund machen können. Genau, und den stelle ich dann so auf minus 3 dB ein ungefähr, dass er da so rumzüppelt quasi. Ja, ansonsten, klar, jetzt müsste man, also das ist jetzt noch kein Mix-Verhältnis hier, mit dem ich jetzt zufrieden bin. Hier habe ich auch nur die einzelne Beat-Spur gerade in dem Moment, müsste man das nochmal richtig anpassen. Aber, wie gesagt, ich kann es nochmal solo machen, mit an, aus. Ja, da komme ich auch nicht weiter mit meinem Namen, alle denken an eine Ente, sehen sie meine initialen böse Zungen, sagen, ich hätte meine Zeit nicht genutzt. Doch deren Hoffnung mache ich mit meinem nächsten Album kaputt. Ja, gerade, wie gesagt, der 1176 gibt dem Ganzen den Punch, aber dafür ist er halt doch da. Ja, und der andere, der Elder 2a, weil er halt langsamer ist, soll halt das gesamte Soundbild nochmal, ja, angleichen, die Stimme nochmal angleichen. Ja, so geht man da vor, für Rap-Vocals in dem Fall. Und ja, ich hoffe, das hilft euch weiter und wenn ihr mehr über das Abmischen lernen wollt, dann könnt ihr jetzt mein kostenloses E-Book runterladen. Dafür müsst ihr einmal auf den Link klicken, den ich jetzt im Video hier einblende und einmal in der Beschreibung. Ist ja auch nochmal zu finden, wie gesagt, es reicht einmal zu klicken, aber dort findet ihr die beiden Links. Dort müsst ihr euch dann mit der E-Mail-Adresse einmal eintragen und, wie gesagt, das ist alles kostenlos und wenn ihr euch da eintragt, bekommt ihr jede Woche noch einen kostenlosen Tipp dazu, per E-Mail zugeschickt. Und wenn euch das dann irgendwie nicht mehr gefallen sollte oder warum auch immer, dann könnt ihr euch auch jederzeit wieder austragen aus dem Newsletter. Wie gesagt, also gibt da keine Kosten oder sonst was. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und auch nochmal schreibt, was euch sonst so interessiert im Bereich Abmischen. Dann wird es dazu mit Sicherheit im nächsten Video geben. Wie gesagt, das war auch eine Zuschauerfrage. Grüße an dieser Stelle. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das hilft euch weiter. Bis zum nächsten Mal. Das ist Philipp von abmischenlernen.de. Ciao.